Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen Ja, ich wünsche Wagenknecht und Co. Erfolg. Nein, das ist Augenwischerei. Antworten gesamt. 5.328 Personen haben abgestimmt. Antworten gesamt. 3.488 Personen haben abgestimmt. Antworten gesamt. 3.084 Personen haben abgestimmt. Antworten gesamt. 2.944 Personen haben abgestimmt. Ja, das ist gute Unterhaltung. Nein, das finde ich verstaubt. Ja, aber nur wegen Kiewels Fehltritten. Antworten gesamt. 2.787 Personen haben abgestimmt. Antworten gesamt. 2.717 Personen haben abgestimmt. Feedback an MSN senden. Was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website.